Wenn es das ist, was sie wollen? Ich wusste nicht, dass sie so engstirnig sind. Ein Jammer, dass sie hier sterben werden, Reed. In dieser Stadt gibt es weitaus schlimmere Leute als sie. Hat sich die Waffe ja doch gelohnt. Hätte ich vorher gewusst, dass es zu einer Maskenschließerei kommt, hätte ich sie direkt ausgewählt. Das hat mir wirklich ein bisschen Zeit gekostet. Ah, hat das Spaß gemacht. Aber gut. Gut. Ja, locker 21 Schuss. Weggeballert dafür, dass es eigentlich nur hätte eine 5 sein müssen. Tut Vogel. Kopf. Okay. Das ist ja nett. Ich EOD geschädigte Personen. Barry Morgan. Fischer von Innsmorphan am Fischen gehindert. Tochter vergewaltigt und ermordet. Schuld von EOD-Mitgliedern nicht erwiesen. Wallace Rose. Verletzt bei einem Kampf mit Innsmorphan. George Cavendish. Name rot eingegreist. Seine Frau trat dem EOD bei und trug ein Kind aus, das nicht von ihm ist. Kenneth Harvey. Erwischte einen Innsmorphan beim Stehlen. Delaney Jensen. Sein Sohn verschwand im Bezirk des Shelds und der verdächtigt Innsmorphan. Oh, Cavendish. Das kann ich nicht verzeihen, was ihm angetan wurde. Verstanden, Billy. Wir werden dafür sorgen, dass niemand von der Expedition zurückkehrt. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass uns jemand durch die Lappen geht, habe ich genau den richtigen zu ahnen. Der Kerl heißt Louis Flynn und ist sehr verlässlich. Er tut immer, was man ihm aufträgt. Gruß A. Ah, Anna. Expedition. Von den Frogmots. Über die Jungen der fruchtbaren Mutter. Alles, was Graham über das Thema wissen muss. Ihre intellektuellen Fähigkeiten entsprechen denen eines dreijährigen Kindes, entwickeln sich jedoch fortwährend weiter. Wir folgen einfache Befehle sofort, nachdem ihr Leben begonnen hat. Komplexe Sätze verstehen sie jedoch noch nicht. Ihre Erwähnung. Ihre Ernährung. Sie sind zwar entbehrlich, aber dennoch Lebewesen und benötigen für maximale Leistungsfähigkeit Chemikalien. Mit Kalium und Lebertran füttern, gut für ihr Gewebe. Sie lieben Zucker, aber bloß nicht geben. Allgemeine Hinweise. Unmittelbar nach der Geburt nicht in dem Sonnenlicht aussetzen, da ihre Fasern noch nicht vollentwickelt sind und zerfallen können. Moment, hier über Cavendish? Über Graham? Was geht hier ab? Blackwood? Ich? Ein Insmorpher? Das Widerwecken Verstorbener. Voraussetzung, um den Geist längst Verstorbener zurück ins leibliche Leben zu bringen. Essentielle Salze. Die Formel aus der Ausgabe vom Borellos Abschreiben per Adonai. Beschwörung. Sollte mehrere Stunden lang aufgesagt werden, nach der genauen Wortfolge in den Werken von Peter D'Apono suchen. Dies mies jäschet Beschwörung. Vielleicht die große Anrufung des Agripa? Jinasj Jokzotov. Beschwörung mit einer anderen Handschrift geschrieben. Jinasj Jokzotov. He, Igeb, Frodaak. Kombinieren und Hill zeigen. Durchgestrichen. Ihm lediglich die Bücher und Hinweise geben. Er soll alles selbst herausfinden. Karte und Koordinaten. Eine Karte mit einem beiliegenden Zettel, auf dem folgenden Koordinaten stehen. 47,9 Grad Süd, 126,43 Grad West. Unglaublich. Alles, was ich seit meiner Ankunft hier in der Stadt erlebt und gesehen habe, auf einer einzigen Karte. Wanderberg. Ich weiß nicht mehr, wer dieser Innsmowerfer ist. Vielleicht der erste, den ich nicht getroffen habe. Albert Frogmorton. Blackwood. Ich. Carpenter. Da oben. What the fuck? Mr. Drannon. Ihr Angebot ist so verlockend, dass ich nicht widerstehen kann. Ich werde der Polizei sagen, was immer sie wollen. Da ich ihre Hilfe gut gebrauchen kann, damit meine Wahlkampagne wieder an Fahrt aufnimmt. Mit freundlichen Grüßen, M.Piers. Nicht wahr? Was zur Hölle geht hier vor? Was haben die gemacht? Was haben die? Oh. Vielen Dank, Mister. Ich dachte schon, Sie würden uns umbringen. Ich weiß nicht, wie wir Ihnen das je vergelten sollen. Wer... Wer sind Sie überhaupt? Sie sehen... Ich bin Privatdetektiv. Ihr Vater macht sich große Sorgen um Sie. Vater? Ist er wohl auf? Waren Sie bei ihm? Ja. Aber die Sache ist noch nicht vorbei. Gibt es einen Ort, an dem Sie für eine Weile untertauchen können? Äh... Ähm... Ja... Ja, ja, sicher. Wir könnten zu Tante Peck gehen. Was ist denn los? Es gibt da eine Angelegenheit, die Ihr Vater und ich untereinander klären müssen. Er wird Ihnen bei Zeiten alles erklären. Oh. Okay. Bitte, Mister. Passen Sie auf ihn auf. Er ist ein guter Mensch. Ich werde es versuchen. So, ich muss los. Sind Sie... Sind Sie gekommen, um uns zu retten? Hm. Was zur Hölle machen die hier? Ich bin völlig verwirrt. Ganz ehrlich. Ich habe keinen Schimmer. Was jetzt doch los ist. Eine Bande brach in die Wohnung ein und entführte eine Frau sowie einen jungen Mann. Letzterer setzte sich zur Wehr und stieß einen der Entführer in ein Loch im Boden. Die anderen Entführer konnten den jungen Mann überwältigen und verschwanden mit ihm und der Frau ließen ihren Komplizen jedoch hilflos zurück. Eines der beiden Mitglieder fiel durch das Loch im Boden und wurde von einem Monster weggezählt. Glücklicherweise lässt sich die Spur nachverfolgen. Eine gute Tat. Ich habe Glenn Byers Familie aus den Händen der Entführer befreit und sollte nun zu ihm zurückkehren, um mit ihm darüber zu reden, ein Geständnis zu verfassen und sich der Polizei zu stellen. Gucken wir das nochmal. Das ist es, oder? Jo. Ich verstehe echt noch nicht, was die hier getrieben haben. Ich blicke da einfach nicht durch. Sie haben mich die ganze Zeit überwacht. Alles, was ich getan habe, haben sie beobachtet und dokumentiert. Sie haben anscheinend... Sie haben Informationen über die Sache, die mit den Carpenters lief, die Sache, die mit Blackwood lief. Über Anna und Cavendish. Er hatte mich aus dem Meer gezogen. Der Beleg. Der Beleg. Das Ende der Welt ist nah. Die Todes sind... Ich verstehe das ehrlich noch nicht. Umso gespannter bin ich darauf, wie die Sache zu Ende geht. Ich bin gespannt, wann er im Moment kommt, an dem sich... An dem sich alles löst und dieser Ah-Moment kommt. Und jetzt wurde alles immer nur komplizierter. Ich bin gespannt, wie die Sache zu Ende ist. Ich verdanke Ihnen so viel. Wie geht es jetzt weiter? Soll ich mich der Polizei stellen? Eins nach dem anderen. Sie müssen ein Geständnis verfassen. Schließlich steht Ihr Wort gegen das des Zeugen. In Ordnung. Ich bringe es dann sofort zur Polizei. Nein, geben Sie es mir. Und auch die Tatwaffe. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, Sir. Hier, bitte. Gut, dann werde ich jetzt die Dinge richtigstellen. Ich schlage vor, Sie nutzen die Zeit, bis die Polizei an Ihrer Tür klopft. Ich gehe. Okay. Achte, meine Güte. Okay. Ich höre die Mordwaffe von Glenn Byers. Es gelang mir, Glenn Byers Familie aus den Händen der Bande zu befreien, von der sie entführt wurden. Oder wurde erpresst. Glenn Byers sieht mir zum Verwechseln ähnlich. Röger Sinder ist am Boden zerstört und bereut seine Tat zutiefst. Glenn Byers Revolver ist die Mordwaffe und bringt ihn direkt mit dem Verbrechen in Verbindung. Wer mit diesem Revolver in Verbindung gebracht wird, fällt unter Mordverdacht. Ich könnte ihn jemanden unterschieben. Ach, komm. Da. Milton Pierce weiß, dass ich Johannes nicht ermordet habe, aber aus irgendeinem Grund hat er mich angeschwärzt. Milton Pierce glaubt wirklich, dass er mich am Tatort gesehen hat. Er hat mich mit Glenn Byers verwechselt. Noch bin ich nicht fertig. Glenn Byers mag ein netter Kerl sein, aber er hat einen Mord verübt und muss dafür gerade stehen. Glenn Byers ist selbst Opfer, da er gezwungen wurde, den Mord zu begehen. Die Schuld muss beglichen werden. Glenn Byers muss sich um seine Familie keine Sorgen mehr machen und wird gestehen, dass er Van der Berg ermordet hat. Milton Pierce versuchte, mich bei der Polizei anzuschwärzen und nun kann ich den Spieß einfach umdrehen. Wenn ich den Revolver zu seiner blutbefleckten Kleidung lege und ein Foto davon mache, dürfte das Mr. Carpenter als Beweis ausreichen, um mir zu helfen. Alternative wäre... Ich kann Glenn Byers dazu bringen, den Mord zu gestehen. Wenn ich sein Geständnis Mr. Carpenter gebe, macht er sich vielleicht für ein milderes Strafmaß stark. Den Brief, den ich in Billy DeRunnons Verstecke gefunden habe, kann ich als Beweis dafür vorbringen, dass Milton Pierce Zeugenaussage gegen mich frei erfunden war. Okay, es gibt nur die zwei. Ich dachte, es gäbe vielleicht noch eine dritte Möglichkeit. So einfach machen wir das. Ganz ehrlich, der wollte, dass wir seine Mutter vergiften. Das ist schon ein bisschen hart, ein Familienmord. Wobei Brutus hat dasselbe getan mit seinem eigenen Sohn. Das ist auch nicht wirklich befürwortenswert. Carpenter. Polizei. Milton Pierce Wohnung. Okay, da oben. Ich brauche hier echt noch irgendeinen Schnellreisepunkt. Ich kann den da nehmen. Aber trotzdem. Ich traue diesem Milton Pierce kein bisschen. Ich weiß nicht, was der für Geschäfte mit Billy hatte. Aber Die Sache kommt jetzt zu einem Ende mit ihm. So etwas lasse ich nicht mit mir machen. Mir einen Mord in die Schuhe zu schieben. Mich ins Gefängnis zu stecken. Und dann sowas. Ich weiß nicht, was der Schuhe zu schieben ist. So, mal sehen, da wird die Sache doch gleich ein bisschen interessanter. Also dazu stehe ich auf jeden Fall, dass das die richtige Entscheidung ist. Also, dieser Kerl, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, ist auf jeden Fall kein übler Kerl. Dessen bin ich mir bewusst. Hier wurde schmutzige Kleidung aufbewahrt. Man sieht noch Blutspritzer. Scheiße, Mann. Nicht cool. Oh mein Gott. Geh, Geh, Geh! Hallo Herr Wachmann Ach, sie gehen da jetzt einfach rein, oder was? Und gehen wieder raus Das ist sehr toll Ähm Ah, okay Und jetzt nur noch zurück zu Mr. Carpenter Zeichnet das Geschirr Ich, Glenn Gordon Byers, derzeit wohnhaft in Augment, Massachusetts gestehe den Mord an Johannes van der Berg und stelle mich freiwillig der Polizei von Augment Ich werde meine Strafe akzeptieren aber hoffe in Anbetracht der Umstände dass mir ein Mindestmaß an Verständnis entgegengebracht wird und dass dies in einem milderen Strafmaß mündet Ich habe ein Foto von Milton Pears blutiger Kleidung und der Mordwaffe gemacht und kann es nun dem Verwalter der Carpenters zeigen um Milton Pears zu belasten Das Foto sollte ausreichen um die Polizei dazu zu bewegen sein Haus zu durchsuchen und ihn an meiner Stadt des Mordes zu verdächtigen Okay Ich sollte vielleicht X Ja, dann zeigen wir das mal dem guten Herr Carpenter Ich habe langsam so das Gefühl dass ich in Abwege gerate Auftragsmorde Massenvergiftungen Gefälschte Beschuldigungen Ich werde immer schlechter als Polizist Ich habe so gut und und ehrenhaft angefangen und bin jetzt ein Oakmonter Ich habe nur schon wie die ganzen Leute hier Korrupt Falsch Lügen Betrug Na schön Plutus Ich habe ja einen Verdächtigen Was wollen Sie, junger Mann? Was wollen Sie, junger Mann? Okay, dann eben nicht hierhin Ach, dem Verwalter, der Carpenters Sagt das doch einer Ich dachte gerade schon Ich habe Beweise dafür dass Milton Pierce Johannes van der Berg ermordet hat Zeigen Sie mir was Sie gegen ihn in der Hand haben Die Tatwaffe befindet sich in seiner Wohnung ebenso wie Kleidung voller Blut Hier ist ein Foto Ich weiß zwar nicht wie Sie das angestellt haben, Reed aber ich bin beeindruckt Mal sehen, wie weit wir damit kommen Einen Bürgermeisterkandidaten des Mordes zu beschuldigen ist nicht ganz unproblematisch aber die Carpenters haben schon schwierigere Herausforderungen gemeistert Wiedersehen Oh nein Ich spüre nahe dem Anwesen der Carpenters definitiv eine Präsenz die nicht von dieser Welt zu sein scheint Es fühlt sich so an als würde die Luft von etwas Unheimlichen durchsetzt sein Sie haben gute Arbeit geleistet Mr. Reed Ich erwarte Sie im Devil's Reef Hotel Wut? Was? Ähm Was? Okay Ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht Ich behalte Sie im Auge Neuankömmling Ja, da sagst du jedes Mal Halt die Klappe ins Morpher Hä? Hä? Wie? Wie? Wie ist das möglich? Endlich Mr. Reed Ich habe von Ihrem letzten Fall gehört Gratulation Sie haben sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen Gestatten Sie mir jedoch eine Frage Nein Gestatten Sie mir eine Frage Wie kann es sein, dass Sie noch am Leben sind? Tja Was soll ich sagen? Das nächste Mal sollten Sie darauf achten dass Sie die Sache auch wirklich zu Ende bringen Ich war es nicht und das wissen Sie Der ganze Mist Für einen Mord, den es nie gegeben hat Aber die Polizei sah das nun einmal anders Sie hatte alles, was sie brauchte Ein Opfer Einen Tathergang Und einen Schuldigen Sie haben mich hinters Licht geführt Sie Mieser Ich habe lediglich Mordopfer gespielt Was darauf folgte, stand nicht in meiner Macht Ich werde Sie Was? Umbringen? Es wäre zwar amüsant zu verfolgen wie Sie ein weiteres Mal für einen Mord im Gefängnis landen Aber ich fürchte, wir haben Wichtigeres zu tun Was meinen Sie damit? Sie wissen genau, was ich damit meine, Mr. Reed Die Prophezeiung Das Siegel Sie sind da in eine Sache von großer Tragweite hinein geraten Was Ihren letzten Fall betrifft Sie haben Milton Pierce ganz schön hängen lassen Im wahrsten Sinne des Wortes Denn nächste Woche soll er gehängt werden Sagen Sie, Mr. Reed Was hat Sie dazu bewegt? Warum haben Sie einen Mann solch hohen Ranges für ein Verbrechen angeschwärzt, das er nicht begangen hat? Er hat gegen mich ausgesagt Und außerdem wollte er, dass ich seine Mutter ermorde Da haben Sie recht Dass er korrupt ist, ist weithin bekannt Und Sie sind der Einzige, der etwas dagegen unternommen hat Wurde auch langsam Zeit Jedenfalls erachte ich dieses Experiment als Erfolg Was Sie betrifft Sie sollten es als einen Vorgeschmack auf Ihre ultimative Prüfung an Äh, okay Ich ahne ganz übles, ganz übles an ich Ich verstehe das nicht Warum tun Sie das alles? Sie gehen auf die Finsternis zu, Mr. Reed Und ich verhelfe Ihnen zu der Erfahrung, die Sie brauchen Um sich in der Finsternis zurechtzufinden Hören Sie auf, in Rätseln zu sprechen, Johannes Wenn Sie etwas von mir wollen, sagen Sie es frei heraus Das tue ich, Sie hören nur nicht genau hin Sie haben eine Bestimmung, die von großer Bedeutung ist Ein Schicksal, das mit dem menschlichen Verstand nicht zu fassen ist Es geht darum, mehr als nur ein Sandkorn im Universum zu sein Es geht darum, Wellen zu schlagen und ein Ende zu setzen Wem oder was ein Ende zu setzen? Allem und jedem Vom ersten Augenblick an haben Sie in dieser Stadt Leid erfahren Nun ja, tatsächlich erfahren Sie Leid seit Ihrer Geburt Das Ende herbeizusehnen ist daher ganz natürlich Aber im Gegensatz zu den vielen Millionen von Menschen vor Ihnen Haben Sie die Macht, das Ende auch wirklich herbeizuführen Sie können eine Prophezeiung Wirklichkeit werden lassen Sie meinen doch nicht Das Siegel von Cathigonar ist in Ihren Händen Sie sind im Besitz des Schlüssels zu den Toren und zu allem, was dahinter verborgen liegt Es liegt in Ihrer Macht, sie zu schließen und das Elend der Menschheit für einige weitere Jahrhunderte zu verlängern Oder sie zu öffnen und das Ende herbeizuführen Sie werden Letzteres tun Was? Moment, Moment Ich dachte, Johannes wäre einer von den Guten Er will, dass ich, dass ich Cathigonar befreie, damit sie Cthulhu auf die Welt bringt, damit er die Menschheit auslöscht Das ist sein Plan die ganze Zeit gewesen, deswegen hat er mich hierher geführt Da fuck Ich hab die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt, ich hab den falschen Menschen vertraut So eine Mist Warum sollte ich Warum sollte ich gewillt sein, alles zu zerstören? Weil Ihr Leben sonst bedeutungslos ist Wissen Sie, wie viele Auserwählte es schon gab Namenlose Horden, nach belieben unsichtbaren Meistern geopfert Ähnlich all jenen, die die Mohnfelder Flanderns mit ihrem Blut getränkt haben Aber dieses Opfer, auf das Sie hier anspielen, war sehr wohl von Bedeutung Schließlich haben wir den Krieg gewonnen Dieser Sieg wird nur weitere Kriege gebären Das Kämpfen gibt ihrer Spezies scheinbar einen Sinn So wie das Leiden Sie alle sind wie Affen, die ihren offenen Käfig nicht verlassen wollen Aber es liegt in ihrer Macht In ihrer Macht allein, dies zu ändern Sie können dem Kämpfen und Leiden ein für alle Mal ein Ende machen Ich verachte sie Sie irren sich Klingt einleuchtend Scheiße, ich bin... Jetzt bin ich völlig fertig Ich weiß nicht, was ich machen soll Ich hab keine Ahnung Das ist doch... Ich kann das irgendwie nicht glauben Sie irren sich Und ich werde es ihnen beweisen Gar nichts werden sie beweisen Sie werden sterben Und sobald der Zyklus von vorn begonnen hat wird jemand kommen, der schließlich mutig genug ist die Sache zu Ende zu führen Aber ich werde sie nicht fallen lassen Ob sie nun meine Ansichten teilen oder nicht Ihr Weg ist zu wichtig Auch wenn ich auf ihre Entscheidung keinen Einfluss habe Wenigstens mit einer Sache haben sie recht Ein Archäologe lebt in dieser Stadt Er steht kurz davor, das Geheimnis von Cathigonar zu lüften Und sie werden seine Hilfe brauchen, wenn sie hinein gelangen möchten Sein Name lautet Joseph Hill Reden sie mit ihm Und gewinnen sie seine Gunst Hier ist seine Adresse Ist das ihr ernst? Sie schwingen hier große Reden Und wissen selbst nicht, wie man Cathigonar betreten kann? Wenn ich es wüsste Würde ich wohl kaum mit einem Privatdetektiv zusammenarbeiten, oder? Das fühlt sich nicht richtig an, Johannes Gar nichts von dem, was sie sagen, fühlt sich richtig an Und ich wüsste nicht, warum ich ihnen überhaupt Glauben schenken sollte Wahrheit bleibt Wahrheit Ob sie sie nun glauben oder nicht Sie können sie akzeptieren oder weiterhin mit Scheuklappen herumlaufen Es spielt keine Rolle Leben sie wohl, Charles Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden Aber ich für meinen Teil würde sie im Auge behalten Und bitte verlieren sie das Siegel nicht nochmal Sonst waren all ihre Mühen in dieser Stadt vergebens Wir werden uns wiedersehen Was hab ich denn hier noch alles? Was ist das hier? Lauf der Geschichte Ruhe in Frieden Kostikiges See Überstunden Ich erwürme Ich erwürme Tadada Keine Ahnung Tadada Keine Ahnung Okay Phönix aus der Asche Siegel von Café Gunnar Geheimnisse der Tiefe Im östlichen Teil des Bezirks Okay Ganz ehrlich, ich werde hier aber erstmal eine Pause machen Ich bedan Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von The Sinking City Schön, dass ihr eingeschaltet habt Bis dann Ich bedanke mich Ich bedanke mich Ich bedanke mich Und ich bedanke mich Ich bedanke mich Mhm Ich bedanke mich